Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dino-Katzen, zusammen mit Feuerschatten auf meinem Schulterblatt hier auf der Schulter und wirklich massigen Dinos, die auf dem Boden liegen, wirklich massig, wir haben ein paar, oh ist er getamed? Er ist nicht getamed! Ah! Flieh Feuerschatten, flieh! Flieh Feuerschatten, nein! Was? Rache! Rache für Feuerschatten! Was ist denn da passiert? Es ist ja furchtbar schiefgelaufen. Direkt zu Anfang, ey. Da unten ist noch ein Alpharaptor. Das ist ja wirklich furchtbar schiefgelaufen. Was zur Hölle? Ich hoffe mal, Drachi wird sich da oben jetzt noch ein bisschen austoben. Jetzt haben wir ein riesiges Problem. Was sollte das denn? Er hat aber nicht gestorben, aber da ist Feuerschatten auch gestorben. Ich glaube, bei euch Shepherds! Die sind alle aufgewacht. So, okay. Jetzt wollen die auch noch den angreifen. Rache, ich fordere, dass du die jetzt alle umbringst. Jeden einzelnen von denen. Oh, wenn Drachi einmal... Ja, er hätte auch getötet worden. Okay, wir haben hier ein riesiges Problem. Wollt ihr eigentlich eine Horde von euch tamen? Und ihr habt einfach böse gesagt, nein, darf der nicht. Es kann halt nicht sein... Oh, das ist schlecht, Feuerdrachi. Komm mal mit, Drachi. Das ist sehr, sehr schlecht, was hier gerade abgeht. Es ist super gefährlich, dass der hier versucht, die Viecher anzugreifen. So wie ich die KI von Ark kenne, wird er das nicht schaffen. Weil er ein Vollidiot ist. Die KI von Ark macht alle Dinos zu einem Vollidioten. Aua, hört auf Atomadler zu boxen. Was soll das denn? Wo kommen wir denn da hin, wenn wir Katzen einfach boxen dürfen, ey. Ihr traut euch aber was. Heiliger. Euer Schatten, du solltest laufen. Oh nein. Euer Schatten. Diese bösen, bösen Tiere. Diese bösen, bösen Tiere. Ich dachte wirklich, die wären fertig gezähmt. Aber die brauchen wirklich Narcos. Zwischendrin. Das ist interessant, weil die Low-Leveligen haben eigentlich keinen Akko gebraucht mehr. Wo ist Drachi hin? Ich sag ja, die KI ist für den Arsch. What the fuck, wo ist Drachi hin? Darfst du dich mal bitte, Drachi? Kommst du jetzt mal hier oben hin, bitte? Okay. Okay. Haben wir es jetzt. Ein sehr kleines Experiment. Fertig? Drachi. Kommst du jetzt bitte mit? Ich komme auf Atomadler nicht drauf, solange ich mein Zeug nicht loote. Denn ich brauche die Grappling-Hooks, damit ich ihnen in der Luft beistehen kann. Nicht in das Ding rein. Sind die hier irgendwo? Ich sehe sie nicht. Ja, sie sind hier irgendwo. Und anstatt, dass sie hier irgendwie was Sinnvolles tun... Atomadler, hör auf! Nein, es leckt. Komm jetzt her! Komm jetzt her, Atomadler! Komm jetzt her! Aber flott! Sowas Gemeines! Aber sowas Gemeines! Du bist fast gestorben in dem Schweine... Was soll denn sowas? Okay. Einfache Aufgabe. Wir begehen Genozid an den da unten. Wir rächen jetzt Feuerschatten. Wir rächen Feuerschatten mit Drachi. Und werden wieder oben alle ausrotten. Weil Rache ist Blutwurst. Und ich bin... Warum gehen die denn auf so jemanden los? Sowas Gemeines! Kommst du jetzt her! Hört bitte beide auf, mir zu folgen. Und du, mein Kollege... Du bleibst auch bitte mal da stehen. Du bist da gerade sehr gut. Was? Was ist falsch mit dir? Böser Drache. Böser Drache. Oh! Wir haben kaum Leben. Hat unsere ganze Rüstung den Geist aufgegeben? Nein. Wir haben das hier noch. Was kostet das? Leder, Metall, Pelz. Was fehlt uns da für Leder? Wir haben kein Leder hier drin. Bist du doof? Wir besitzen doch Leder, aber massig. Leder. Reparieren. Das ganze Hammelfleisch kommt drüber. Und Drache? Wir gehen jetzt ein Genozid begehen. Rache für Feuerschatten. Aber jeder einzelne von euch da oben wird sterben. Böses Ding. Böse. 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 Auch du. Böse. 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 alle essen gegen einzelnen von euch werde ich beißen dann werde ich den roten drop dahinten looten manno weiß nicht ob ein jibo im passiv team ist will feuerstatt zurückhaben werdet alle gegessen keine chance nicht gegessen zu sein oh oh das ist nicht gut die viecher hier hinter uns sind ein bisschen doof die greifen selbst drachen an oh gott das war knapp ich wäre fast dismounted nein gott wir kommen nicht an den roten drop ran wir kommen nicht an den roten drop so wie es jetzt gerade läuft jetzt ist die große frage wenn ich jetzt dismounte was wird akku auf mich der adler hinter mir könnte akku auf mich werden und die viecher da unten existieren ja auch noch ich weiß nur nicht wo die existieren da sind noch welche auch ihr werdet gebrützelt allesamt da ist noch irgendwo ein trike im baum da habe ich ihn erwischt ich will den roten drop aber ich will nicht schon wieder sterben ich sag ja die sind doof der typ ist jetzt außen rum gelaufen mich anzugreifen was ist denn das für eine akku würde der adler bitte mal überlegen wen er angreift hallo böse adler ok also ich versuche es jetzt das ist nein er ist despawned in dem moment und da war wirklich noch ein böser dino böser dino er ist wirklich in dem moment despawned alter was ist denn heute los wollt ihr mich alle abfacken warte fack wer ist er ach auch für feuerschatten ey sowas gemeines ich wollte feuerschatten eigentlich schön weit schmeißen aber der ist am stein hingeblieben der arme tippo mein jo ja wenigstens den bären haben wir unseren mega haben wir auch verloren hallo ihr dinos ich habe noch 5 betäubungsschutz und ich werde sie benutzen für nichts für nichts als sie geht hier einfach weg ohne feuerschatten ist mir zu kalt also das ist jetzt wirklich ziemlich ätzend dass der gestorben ist ist das ein blauer drop von uns? ich glaube das ist ein blauer drop machen wir mal noch einen blauen drop mit 1 blauer drop blauer drop sind eigentlich so die schlechtesten nach gelb ich glaube rein folge war rot gelb blau rot gelb lila blau grün weiß ja hier ist ein kompass drin da unten gerade ein drache ach hier sind die greifen ja gut ok kapaket hatte ich natürlich voll im blick dass hier die greifen sind wir gehen jetzt mit unseren bären spielen wir haben nämlich einen bären gezählt und wir waren toll dabei wenn der jetzt auch despawned ist dann dann ja dann habe ich heute mal den salty mode aktiviert weil er sollte eigentlich nicht die spawnen können wenn er betäubt ist er braucht auch kein narco deswegen gucken wir mal was lädt zuerst die struktur oder die falsche insel die falsche insel die falsche insel hat sie dackel zur falschen insel ich sehe den bären nicht da drin hallo doch da ist er ein diabear 106 haben wir auch wunderbar da haben wir unseren morgen weiter wieder und falls ihr euch fragt was der da oben macht der ist krass so name ändern mukebatschow mukebatschow jetzt brauchen wir unseren daja haben wir nicht hier drin haben wir den hier drin daja ja haben wir hier drin jetzt machen wir mal folgendes was brauchen wir denn um den upgraden zu können zement fasern und leder wir brauchen mal ein bisschen mehr leder habe ich das gefühl wir haben kaum leder so wieder ein schönes bärchen gewicht war wie viel 800 und wir jetzt leveln mal kurz ein stück er läuft einfach nicht weiter ok so wie schnell wirst du denn daja wer ist im level aufgestiegen sehr schön die ausdauer ist jetzt schon fast halbzeit das ist schlecht ähm ja dich müsste ich auf dein schild angreifen das mache ich nicht da fuck ist ein alpharaptor da ist ein fucking alpharaptor hat der mich? ne hat er nicht gerade die frage greift mir den alpharaptor an ich hab heute so viele schön schlechte ideen ok wir hauen ab vor dem alpharaptor und hoffen dass wir jetzt nicht nochmal zurückgebackt werden wir müssten den eigentlich outrunnen können den raptor wir sind schneller aber er kommt verdammt ich hab nicht gedacht dass er kommt er verfolgt uns wirklich immer noch was zum baum wegfliegen wegfliegen du bist ein alpharaptor du bist nicht gut du bist böse wegfliegen heute ist tag der sterbenden viecher oder was? alpharaptor ist wieder ultra gefährlich für uns warum kämpfe ich denn gegen den wenn ich sowieso was verloren habe heute? wegfliegen wie viel hab ich denn gemacht? 600 irgendwas im alpharaptor bei dem revolver das ist schon ziemlich der damage so ok sieht gut aus wir schaffen den der dürfte jetzt gleich tot sein eigentlich und schon da ist er weg da ist unser level up dafür wir haben dafür nichts bekommen außer hier unseren raptor schädel ja den drecksknochenhelm aber wir haben nichts dafür bekommen gut wir haben level up bekommen eine der sachen die sowieso am liebsten habe gerade so sachen wie level ups oder sowas das sind echt schöne sachen naja 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 wow ok du hast kein level up bekommen dafür drachy für den alpha hast du ein level up dafür bekommen? du hast auch nur ein level up wow also ihr wart doch nicht in der reichweite wo ich das was genutzt hätte dass ich den alpha getötet habe gerade eben mit dem drachen ich dachte nämlich vielleicht leveln die jetzt in der vergangenen äh hier in der umgebung aber das haben sie leider nicht getan bedauerlich wirklich bedauerlich naja gut was soll man großartig machen wir werden jetzt noch eine kleinigkeit benennen und zwar ähm werden wir heute mal wieder einen was benennen wir denn wir haben theoretisch eine menge schafis übrig wir haben was haben wir noch übrig wir haben noch einen agentavis übrig wir haben bestimmt auch noch einen peteradon ja da ist ein peteradon wir haben unsere beiden megasaurus übrig ähm ich glaube heute benennen wir mal unsere schafe ich guck mal nach unseren schafen was wir da für namen hätten wir sind gleich wieder da so liebe menschen ich weiß ich habe gesagt wir benennen jetzt die schafe ich habe mich aber dagegen entschieden denn ich habe zum einen einen namens vorschlag von feuer schatten gesehen und ich habe einen namens vorschlag gesehen wo mir einfach dazu eingefallen ist dass der hier zu gut passen würde deswegen werden wir die ganzen schafis irgendwann anders mal benennen davon haben wir ja auch schon relativ viele vielleicht machen wir da so keine ahnung dass wir das war ein paar leute nehmen die aktiv kommentare schreiben oder sowas dass wir die danach benennen weil die schafis sind nutztiere bedeutet die werden irgendwann sterben und dann brauchen wir denen auch keine krassen epischen namen geben oder sowas sondern gucken dass wir da halt auf jeden fall mal jemanden verewigen ähm vorab das hier ist jetzt unser neuer kleiner freund benji benji ist ein frosch und fröschi sind toll also hier in dem game auch gell und hier oben haben wir deathwing das ist unser neuer agentar ist level 77 den wir auch übrigens als weibchen wenn ich mich nicht täusche mit atomadler paaren können oder du bist auch ein weibchen warum sagst du mir das denn nicht eh die naja das sind unsere beiden ähm namen für heute schreibt mir auf jeden fall mal noch ein paar namens vorschläge in die kommentare damit ich da immer wieder mal ein bisschen was tun kann bisschen was machen kann und ja liebe menschen tier und doktoren ohne feuerschatten ist uns hier dauerkalt im regen das ist ein bisschen schade aber ja so liebe menschen tier und doktoren bis zum nächsten mal rrn u c u u u u u Bis zum nächsten Mal.